So ok ich bin da, let's go Dredis. Ey ihr seid mit mir nachsichtig, ich bin nicht gut Dredis ja, das ist für mich ganz ganz neu. Oh du bist Level 20 Gusing. Bist du gut? Match gefunden. Diese Movement ist tot hier Bruder. Ich werde immer letzter Platz Cousin, immer. Sie ahnen nicht wie herzlos ich bin. Sie ahnen. An dieser Stelle, ich distanziere mich. Ich bin ein verheirateter Mann. Ich distanziere mich. De La Rue tätowieren? Bruder, ich bin kein Fan von Tatoos. Hello, hello. Amo Bruder. Ey Madera, hören Sie uns? Madera, hören Sie uns? Madera, hören Sie uns? Ja. Bruder, die eine ist 122. Ich bin einfach Level 3 Gusing. Scheiße. Egal, unsere Gegner sind 3 Level 1er. Bruder, easy going, Bruder. Skye, schon mal über andere Beschwörungen nachgedacht? Löwen vielleicht? Oh, wir müssen mir auch immer ein bisschen helfen, Chat, ja? Wie ist mein Fadenkreuz? War nicht schön. Aber warum kann man hier nicht reinziehen? Aber warum kann man hier nicht reinziehen? Fuck your assloch. Don't call or read with me, I'm married. Where do you guys want to go, B? What? Oh, Level 3 ist fast das gleiche. Ich bin auch katastrophenschlecht. Ich warne euch ja jetzt schon vor, Adredis, gell? Wir brauchen den Spike. Ich werde nicht einen Kill machen. Äh, Spike gar nicht. What? Don't do this to me, please. Ich hab einen, ich hab einen. Ich hab den Spike. Oh Gott, ich hab einen mitgenommen. Ips. Geil, ein Kill, Digga. Haha. Wer ist das? Das hat gar keinen Aim. Achso, das bist du. Speer ausgeschaltet. Ein Gegner übrig. Digga, wie lost die Gegner sind, Digga. Ich schlaufe da durch. Ah, du heilst dich. Ich dachte, du hast dich gekillt damit. Adredis, ein Kill ist nicht schlecht, oder? Du musst deinen Faden kreuen. Warum muss ich das ändern? Ich find's so gut. Ich drück I, damit die dich hören. Nein, Bruder, die sollen mich nicht hören, Bruder. Keine Chance. Ist diese Crosshair schlecht von mir? Ey Bandera, wenn du schießt, geht dein Crosshair auf? Das ist doch super gelaufen. Bitte noch ein bisschen... Aber wenn du läufst, meine ich. Wenn du läufst, geht dein Crosshair auf? Nein. Ist die... Ist die ganze Zeit zu. Dann geh auf Fadenkreuz, dann geh auf Allgemein. Okay, warte, warte. Äh... Einstellung, Fadenkreuz, ja, allgemein. Dann geh auf Primär. Bin dann mal weg. Bin dann mal weg. Malweiß beim Auto, wie hab ich. Umriss an. Dann hab ich 1, 1. Aus. Dann hab ich 1, 1. Aber nicht Mittelpunkt, soll Mittelpunkt aus sein. Ja, Mittelpunkt aus. Okay. Dann hab ich 1, 1, aus, aus. 1, 1. Aus, aus, ja. Dann hab ich nochmal an. 1, 2, 1. Warte. Warte. Mehrere Gegner bei A. 4. 1, ja. Dann 0, aus, 1, aus, 1. Aus, 1. Und dann, unten noch, äußere Linie. Hab ich an. 0,5. 0,0, 1. Und der Spiegel wurde getötet. Spike in B. Oh, Spike, I'm so sorry. Dann, warte, 0,5, was danach? 0, also, warte kurz, 0,0. 0,0. 0,0. Ja. Okay. Vorsicht. Aus. 1, aus. Aus. 1, aus. 1, aus. Okay, hab ich. Abo. Krass. Krass. Warnerts bleibt, krass. Du, ist besser aus. Gegner bei B gesichtet. Ich geh den Ball an. Geht die space für etwas für mich. Noch 30 Sekunden. It's okay, Chame. Ja, use your target there. Jemand ist bei B. Vorsichtig. Nehme ihnen die Sicht. Halt. Noch 10 Sekunden. Ich seh nix Ich dachte ich hab ihn Digga Sektor Ich hab die geballert Bruder Wollt ich Sniper spielen? Ich nehm die hier Scheiß drauf Bruder so ist viel besser Bruder Muss man immer Spike setzen oder kann man Kann man einfach auch die Leute killen Musst du jagen? Ich hab ihn voll stippen Ich hab ihn voll stippen Ich hab ihn voll stippen Du Ruhensohn ich fick dich Scheiße wie lange der braucht um diese Fähigkeit zu werfen Digga Easy Versuch das ruhig nochmal Okay jetzt mach ernst Digga Ja dann kauf dir was du Penner Digga Achso Nicht abkühlen lassen Los 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 Oh hinter mir Walla Stehle die Sicht Oh hinter mir Walla Stehle die Sicht Spawn Spawn Behind your sky Both spawn Keine Ladung übrig Vorsichtig Oh 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 U2 Tiger Sky Oh der hat gestöhnt Probieren führt nur zu verlieren Lasst euch nicht abhängen Ich zerreiß noch Okay Dreh ich noch 2 Subs Wir sind auf 4-4 Digga Und wer krass Zippos Maschine Digga Immer am supporten König auch Digga Ich stehle euch ab Oh das ist Level 150 Ah ne das ist 150 König wichtig Abkürzung Lade nach Nehme ihnen die Sicht Warum wirft er die dort Unser Spike Träger ist tot Spike in Art Kein Entkommen Du Bastard Ich hab ihn 100 Mal getroffen Ich hab ihn 100 Mal getroffen Digga Letzter Leben der Verbündeter Ich hab ihn 7er Pink Noch mal das Plus hier 6 Bruder bei mir schon 28 Ne 10er Ist ok Bruder du hast 12er Pink steht bei mir Gesehen 6 oder 6, 7, 6 Das anderes Aimsystem Ok ok Ich hab grad gesprayt Es hat nix gebracht Hast du links gesoppt War das Spray damals Ja Bruder Aber es ist zu lange her Digga Es ist zu lange her Da ist so mäßig Wie kann das Spray Da ist nicht viel Wege Immer links rechts Straymen wir dann Noch 30 Sekunden Ein Gegner übrig Oh hat den geballert Digga Ich hab den Spike Eri Digga Auf geht's Eri Stell unsere Ehre wieder her Spike platziert Stark Eri Bruder He isn't He isn't Yes Eri you are the best Knapp Oh diese Schmerzen Ich kann euch nicht ständig den Rücken zeigen Haben die mich gehört In game ja gell Jet hat schon wieder gewonnen Meno Ich glaube auf Maustaste Brauche Beute Boah Kannst du mir ne Waffe kaufen Ich hab kein Geld mehr Digga Muss anfangen Wie kann ich machen Ich weiß dir noch nie Brauche die Waffe Die du haben möchtest Ähm Brauche Beute Danke sehr Korrekt Aus dem Weg Drück mal V Was ist V Gegner bei B gesichtet Er hat mich gefickt Unser Spike Träger ist tot Spike in B Nehme ihnen die Sicht Torvers vorbei Wenn du Shift drückst Du schleichst Dann gerne hören die Sicht Jet Sunset Ja Wer hat den Spike Ok Sonst Ich bin hier ganz Buenos Aires Wenn du auf der B Ganz anderer Seite wir sehen Jemand ist Vai B Letzter Lebender Verbündeter Du Hurensohn Aber Sniper, äh, Pumptung. Noch 30 Sekunden. Jetzt wird's heiß. Komm schon los. Seine Seele ist rausgegangen. Die sind nur Batterien und ich muss mich aufladen. Ich muss ernst machen, Drace. Ich muss ein bisschen reinkommen. Wie viele Kills habe ich eigentlich? Der Bandera, man hört dich nicht, Cousin, du bist Mute. Hört schon mal noch nicht, blöd ist. Dann ist Spike hier. Komm, komm, wir ballern die jetzt, Bruder. Ich muss ernst auf ernst kommen. Und vernichtet. Falco, flieg! Ne, ich duck, nicht SRG. Shift, eine Tasse oben drüber. Kann noch so leise, aber nicht geduckt. Ah. Ah. Vorsicht! Bam! Okay, tut. Nice. Blendung! Blendung! Blende Busske. Hey, wie, bin ich gekillt worden? Blendung! Der ist oben links. Oder da auch. Ah, der hat gewallbankt. I stand it, Digga. Ja, Digga, sag doch gleich, Digga. Einmal ein dickes U in den Chat. Augen zu! Schmeiß, Digga. Egal, GG, Digga. Was geht ab? Ultimates! Take his gun, take his gun. Den letzten musst du auch haben, Digga. Letzter ist low, minus 100. Noch 30 Sekunden. Falco, flieg! Geblendet! Bruder, we made it. Scheiße. Ich dachte, das war niemals in echt, wenn die wärs ums extra süßer zu klicken oder anders zu klicken. Ich hab genug von denen. Und ich war kein Taktiv. Hab an der hast Geld? Ne, das ist auch nicht für. 4K hast du mal. Scheiß drauf, ich nehm die billige Waffe. Wie läuft Raylo, Bruder? Michael, heute mein erster Tag, so, dass ich Velo zocke? Ist schon verdammt schwer, ja? Ist schon verdammt schwer. Hätte das nicht gedacht. Aber ich versuch reinzukommen, Bruder. Jeder Anfang ist schwer. Weißt du, kein Profi ist vom Himmel gefallen. Hab ich ihn gekillt? Ich hab ihn gekillt! Ich hab einen Kill. Ich hab einen Kill. Unser Spike Träger wurde erledigt. Ich hab einen Kill, Digga. Spike in B. Letzter Leben der Verbündeter. Mach diese We made it Stufe 3 Alert. Boah, Melissa, du hast zerrissen mit dieses. Ich schwöre, ich mach das. Bruder, we made it. Zehn von zehn. Ich hab einen Kill gemacht. Jetzt muss ich noch einen für dich machen. Ich bin kein Schnacker, Digga. Pass auf. Ich hab keine Weste. Bin dann mal weg. Ich bin Penner, gell? Ich hab kein Geld mehr. Wala, ich bin Penner. Ich hab kein Geld mehr. Es tut unfassbar weh, Digga. Du beliefst, Bruder, weißt du? Ey, wie kann ich diese Graffiti malen? Mit welcher Taste? Oh. Seid zu jagen. Vorsicht! Kampf und Weg! Musktat! Stehle die Sicht! Kein Entkommen! Stehle die Sicht! Geschockt! Hab ihn, ich hab ihn gefickt. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Ich glaub, mit Kuh in einen getötet hast. Ja, ich hab gerade gemacht. Krieg ich Heilung. Und ich kann auch unten. Direkt nachdem du getötet hast, muss man. Ja. Ein Gegner übrig. Ziel ausgeschaltet. Ich weiß nicht, welche Waffe besser ist gesehen. Ich muss blenden. Ich muss blenden. Letzter Leben der Verbündeter. Knapp. Ah, der hat uns beide gefickt. Es tut unfassbar weh. Vielen, vielen Dank, mein Schatz. Ich küsse dein Herz. Hat er uns beide gefickt gerade, Bandera? Ja. Ja, aber ich bin 125, mach er da. Ich hab keinen Schutzweste mehr. Ich brauche Beute. Danke. Es steht 5 zu 4. Wir machen das, Digga. Ich küsse dein Auge. Es tut unfassbar weh. Vielen Dank für den Support, mein wunderschöner Bruder. Geh mal weg. Unser Spike-Träger ist tot. Hier komm ich. Haben die dich gefickt? Lade nach. Eine am Boden. Nimm das. Heilung hier drüben. Ich hab den Spike. Blockiere die Sicht. Muss los. Ich hab den Spike. Los. Ich hab den Spike. Oh. Du Fichser, Digga. Bruder, ich muss Pro werden, Cousin. Vorsicht. Nimm das. Letzter Leben der Verbündeter. Bruder, es kann... Warte, ich weiß, wie wir das machen sollen. Oh, die Sinfonie des Todes. Keine Bange, ihr gewöhnt euch dran. Ey! Bruder, es hängt! Walla, alles ist eingefroren. Ich... Ah. Reina, ich glaube in dir. Du hast das. Warum sagt die das so? Bruder, chill, man. Ey! Berecht sich. Walla, es ist alles eingefroren. Walla, Billa, es ist alles eingefroren. Ich f*** ihn! Ich kann nicht mal Ding machen, man! Ich weiß nicht, ob ihr mich noch seht. Ich muss von Handy gucken. Wir veden wir bitte los Chatbog. Und ich habe es wirklich Fragen. Kaia coherent. Schau, ich habe das completo. Ich habe ein pedir das Autorsteem. Vielen Dank.